tja liebe freunde servus hier bin ich wieder hier ist der mann der guten laune hier ist euer gute laune wo befinde ich mich? na logisch im europa park und heute dreht sich mal wieder in einem meiner videos alles um den corpore coaster. freunde ich bin jetzt vr coaster gefahren jetzt kann ich auch verstehen warum es 6 euro kostet das ticket freunde das ist so mühsam der film aufgearbeitet das lohnt sich auf jeden fall für 6 euro macht es nimmt es mit wenn ihr da seid macht die reise vr coaster vr poster also hier den corpore poster mit vr brille macht es es lohnt sich ihr werdet dann merken wenn ihr dann beim alpenexpress seid das war nämlich der vr erste vr ride hier im park die deutlichen unterschiede was man alles machen kann und ja man muss es mal gemacht haben um mitreden zu können und um zu begreifen warum denn 6 euro der ticketpreis aber ich finde das ist vollkommen verdient denn wie viel technik und zeit da drin steckt freunde mein lieber mann ja da wäre so eine backstate führung richtig interessant mal gucken wer weiß vielleicht schaffen es ja irgendwann ich habe keine ahnung aber in diesem Sinne sagt erst mal wenn ihr da seid die nächsten tage noch kommt vorbei testet den vr coaster vorne bei eurosat hammergeil und in diesem sinne sage ich mit diesem geselligen Buben hier mit der Katz piep piep ich habe euch lieb ich klicke mich jetzt mal wieder aus und ich merke mich an einer anderen stelle bis dahin servus gleiche welle und tschüss